ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcrafts so letzter teil oder zweite hälfte oder wie ihr das immer nennen möchtet von der sturmgeschützbrigade 190 ich habe es in dem vermeintlich ersten teil ja schon mal gezeigt das tagebuch dieser einheit da werde ich bestimmt noch das ein oder andere rausfischen ich hatte mir ja für diese beiden teile den bereich april mai juni 42 rausgesucht also quasi den kampf auf der krim das ist natürlich wieder ein aktuelles thema in den medien und es geht natürlich jetzt hier in diesem video um kerch und die kämpfe im zweiten weltkrieg als was da jetzt gerade passiert da wollen wir gar nicht drüber reden wir sind jetzt im zweiten weltkrieg gelandet und im teil der jetzt kommt geht es hauptsächlich um den kampf um die festung und die stadt und alles was dazu gehört sevastopol das hat mich damals schon immer fasziniert diese riesengroßen geschützanlagen diese riesen panzer türme diese riesen geschütze also das alles da das war schon wirklich beeindruckend und wie das nachher alles sturmreif geschossen worden ist und also es war unglaublich fand ich das und die sturmgeschütze spielen natürlich da auch eine rolle auf jeden fall geht es heute damit weiter ist wieder sehr ausführlich geworden benny hat wieder geschnitten beim letzten mal sind ein zwei bilder dazwischen gehüpft die da nicht sein sollten da haben wir aber auch alles in den fehlerteufel geschrieben diesmal sollte das nicht so sein aber bei der vielzahl der ich sag mal oder vielzahl des fotomaterials dass wir damit reinbringen kann das schon mal sein dass da was zwischen flutscht was da nicht rein gehört aber gut das passiert wir sind ja alle nur menschen genau damit ist aber auch für heute das thema sturmgeschützbrigade 190 erst mal beendet wir müssen mal sehen was nächste woche kommt vielleicht wieder ein maritimes thema oder vielleicht auch ein luft thema also ein thema der luftwaffe ich weiß es noch nicht genau ja ich hoffe auch dieser teil holt euch wieder gut ab schreibt es gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat daumen hoch würde mich freuen und wenn ihr noch kein abonnent seid werdet gerne abonnent denn das hilft dem kanal auch in der sichtbarkeit dann wollen wir loslegen sturmgeschützbrigade 190 kampf um sevastopol april bis juni 42 los geht's alle einsatzbereiten geschütze des korps also abteilung 190 197 und 249 also 22 an der zahl werden am 17 mai 1942 zusammengezogen um die straßen kämpfe zu ende zu führen und vor allem um das hüttenwerk zu nehmen sieben geschütze blieben zunächst reserve gegen 11 uhr wurden sie unter führung von hauptmann neta mit dem infanterie regiment 399 auf zusammenarbeit angewiesen ein flankenangriff des gegners aus nordost konnte zusammengeschlagen werden ab 15 uhr unterstützten die geschütze den angriff vom zweiten bataillon auf den stadtteil kapani bei schwierigen gelände ging der angriff flüssig vorwärts starker natürlicher nebel verhinderte weiteren einsatz am 18 mai 1942 um 1430 angriff nach südwesten auf den ort nördlich des hüttenwerkes und den nördlichen teil des hüttenwerkes selbst der angriff rollt gut vor am abend richten sich die geschütze zur abwehr an ort und stelle ein am 19 mai und zu uhr erfolgt ein überraschender angriff der russen in stärke von zwei bis drei kompanien infolge der dunkelheit gelang ein einbruch die geschütze bedienung mussten sich zum teil mit empie und handgranaten verteidigen bei helligkeit konnte die lage übersehen und schnell bereinigt werden der tag verlief weiterhin ruhig am abend kam die sondermeldung vom abschluss der kämpfe auf der halbinsel kertsch drei armeen wurden vernichtet über 150.000 gefangene gemacht ein stolzer erfolg der die operation an der übrigen front günstig beeinflussen wird der 20 mai war mit häuser und straßen kämpfen ausgefüllt es gab große erfolge am 21 mai wurden die geschütze nach dem ausdruck des dankes der vollsten zufriedenheit durch den regiments kommandeur des infanterieregimentes 391 entlassen um 18 Uhr meldet sich der kommandeur bei der 170 division ab auch der divisions kommandeur spricht seine vollste anerkennung aus am 22 mai um 6.40 rückt der gefechtsstab nach feodosia zurück am abend erreichen die räderfahrzeuge die trossstellung 23 mai erreichen die kettenteile die trossstellung am nachmittag besuchte der kommandeur im feldlazarett starikrim leutnant hennings das schlimmste scheint überstanden zu sein dennoch ist bei der art der verletzung mit komplikationen zu rechnen am abend ist alles wieder im alten quartier und feiert bei einer flasche wein den großen erfolg an dem alle teile der abteilung ihren anteil haben die abteilung hat auf der halbinsel kerch folgende erfolge zu verzeichnen vernichtet 80 panzerkampfwagen hiervon 16 kw1 und 1 kw2 ein panzer spähwagen vier stalinorgeln zwei salgengeschütze 102 geschütze davon 20 162 14 mal flack 42 mal pack 7 granatwerfer 50 schwere mgs 13 panzerbüchsen 7 bunker und 6 zugmaschinen und dazu 21 lkws außerdem wurden mehrere leichte infanteriewaffen und andere fahrzeuge erbeutet in diesen zahlen sind nicht enthalten die zahlreichen waffen und fahrzeuge die der feind bei seiner eigenen flucht hat stehen lassen müssen und zu deren erfassung die abteilung infolge der kampfhandlung und des raschen vormarsches keine gelegenheit hatte 23 mai wird wachmeister wüstner wegen tapferkeit vor dem feinde zum ober wachmeister befördert die pfingsttage bringen die verdiente ruhe das herrliche wetter verlockt zu spaziergängen und fahrten ins gebirge und an die küste des schwarzen meeres am zweiten pfingsttag fährt der kommandeur zur 22 infanterie division und meldet sich dort am tag darauf wird oberwachmeister tadje leutnant wird einem rangdienst alter vom ersten zehnten 39 die abteilung freut sich dass unser bewährter tadje nun offizier ist wir wünschen ihm alles weitere kriegsglück nun heißt es allmählich abschied nehmen von feodosia coctebel nassi pnoi und akameles der stab und die stabs batterie nehmen ja ganz gerne abschied aber die batterien die aussicht in die gegend von sevastopol zu kommen die von truppen voll belegt ist ist für die batterien nicht allzu verlocken zelten nun wenn das wetter so sommerlich warm bleibt macht es freude zunächst ist oberleutnant eirich mal mit einem vorkommando voraus und wird die zimmer schon bestellen der letzte abend in feodosia ist wie alle anderen auch am frühen morgen des 28.5 1942 starten die räderteile und erreichen über syspferopol ihren neuen unterkunftsbereich stab stabs batterie erst und zweite batterie werden in konstantinovka untergebracht die dritte batterie lässt sich wieder in respektvoller entfernung von der abteilung nieder in werch jagmurzi die unterkünfte sind recht ordentlich die bisher unbelegten dörfer machen einen durchweg sauberen eindruck die frauen und mädchen arbeiten über tag fleißig auf den feldern es ist ein land wo milch und honig fließen auch landschaftlich ist die gegend durchaus reizvoll nach simpheropol ist es auch nur eine halbe stunde autoweg soldatenheim kinotheater ob wir dazu zeit haben die abteilung wird ohne eine batterie der 22. id unterstellt die dritte batterie der 132 id die zusammenarbeit mit der wohlbekannten und altbewährten 22. wird uns besonders freude machen wir besuchen unsere verwundeten in syspheropol den meisten geht es recht erfreulich nur hauptmann steckschuss im kopf macht große schwierigkeiten leutern hennings liegt noch in starry krim und wartet auf den transport in die heimat am 29 mai werden die gleiskettenfahrzeuge unter führung von hauptmann neta in sarigol verladen leider wurde durch einen bombenangriff auf unsere alte unterkunft in feodosia ein mann des nachkommandos getötet und eine verwundet zwei tage später treffen die gleiskettenfahrzeuge in den batterie unterkünften ein wir sind nun alle wieder beisammen erkundung und besprechung lösen einander ab die ruhe für die batterie wird wohl nicht von langer dauer sein das thermometer steigt auf über 30 grad am ersten juni spricht der kommandeur vor der gesamten abteilung allen offizieren und offizieren und mannschaften seine besondere anerkennung für die beim einsatz gezeigten leistung aus er gedenkt den gefallenen und verwundeten er übermittelt die verleihung des ek1 an leutnant führen schuss leutnant hennings und leutnant dammann am 2 juni lässt der starke einsatz der luftwaffe darauf schließen dass der tag a5 gekommen ist am 3.6 42 rückt die zweite batterie in ihre neue unterkunft nach bachtschüsserei ein ein tag später zieht auch die erste batterie nach bachtschüsserei um stabs und stabs batterie beziehen unterkunft in sysvastinovka acht kilometer nordwestlich bachtschüsserei die dritte batterie verbleibt in werch jagmurzi nun ist der einsatz störfang mit den regimenten bis in jede einzelheit besprochen die abteilung sieht dem angriff zuversichtlich entgegen der abteilungsgefechtsstand wird in die nähe des gefechtsstandes der 22. id ein kilometer südwestlich du wankhoi verlegt die abteilung ohne dritte batterie ist der 22. unterstellt die erste batterie ist mit dem infanterieregiment 16 die zweite batterie mit dem infanterieregiment 47 auf zusammenarbeit angewiesen die dritte batterie ist mit drei geschützten der 132 id unterstellt und mit dem infanterieregiment 436 auf zusammenarbeit angewiesen der einsatz auf die festung sevastopol ist mit den regimentern bis in jede einzelheit besprochen die batterien beziehen in der abendämmerung ihre bereitstellungsräume am 7.6 rückt die erste batterie um 3 uhr aus dem bereitstellungsraum ab da reicht um 4 uhr den hang des busebergs ein weiter marsch ist infolge starker verminung des hanges zunächst nicht möglich die der batterie zugeteilten pioniere sind nicht eingetroffen so dass die geschützbedienung obwohl ihnen jegliche erfahrung und ausbildung fehlt selbst entminen müssen hierbei fällt oberleutnant dr röwer durch kopfschuss oberleutnant ebinger übernimmt die führung der batterie gegen 5 uhr kann die batterie den marsch fortsetzen und erreicht gegen 6 uhr auf der bürste ihre bereitstellung um 10.45 Uhr greift das bataillon nach artillerievorbereitung auf den bunkerberg an die unterstützung durch sturmgeschütze ist in dem unübersichtlichen buschgelände äußerst schwierig und infolge gefährdung der eigenen infanterie oft unmöglich der angriff gewinnt nur langsam an boden am abend wird die batterie in den bereitstellungsraum zurückgezogen zweite batterie rückt um drei uhr aus dem bereitstellungsraum ab überquert eine schlucht und bleibt auf halbem hang des busebergs vor einer minensperre liegen nach mehr stündigen warten wird durch zwei pioniere eine gasse geschaffen die die batterie um 7 uhr durchfährt um 8 uhr erreicht die batterie den nächsten punkt und unterstützt in äußerst schwierigen gelände in hartem kampf beim angriff auf den eisenbahnberg gegen mittag sind teile des ersten und dritten battalions auf dem eisenbahnberg eingeschlossen verbindung zu den gefechtsständen besteht nicht mehr die batterie liegt unter starkem feuer schwerer artillerie und granatwerfer zweimal wurde die batterie von tiefliegern mit bomben und bordwaffen angegriffen angreifende russische infanterie wird auf kürzeste entfernung bekämpft und zurückgeschlagen gegen abend wird die batterie durch ungesäubertes noch besetztes gebiet zurückgezogen die dritte batterie durchbricht in hartem kampf die stellung nördlich bellbeck unterstützt den weiteren angriff auf den ölberg die abfahrt auf dem telegrafen weg gestaltet sich durch pausenlosen beschuss vom anderen ufer und durch minensperren sehr schwierig alle drei geschütze fallen aus zwei durch artillerietreffer eins durch minen der helden tot von oberleutnant dr röber ist für uns alle ein harter schlag wieder ist ein altbewährter sturm artillerist von uns gegangen die lücke die sein tod hinterlassen hat ist nicht auszufüllen unser onkel louis bold wird uns immer vor augen stehen wenn wir später an unsere abteilung zurückdenken viele schöne stunden und stunden des kampfes haben wir mit ihm verlebt und immer war sein humor und seine jungenhafte frische es die uns auch vormachten am 8.06.1942 rückt die erste batterie um drei uhr aus der bereitstellung ab und erreicht nach mehrstündigem marsch den eisenbahnberg unterwegs müssen packgeschütze angehängt und bei zwei geschützen ketten die da ausgewechselt werden beim zweiten bataillon trifft die batterie gerade rechtzeitig ein um erfolgreich einen starken feindlichen angriff abschlagen zu können darauf stößt die batterie zum dritten bataillon dem sie zur unterstützung des angriffes zugeteilt war der angriff ging mit erfolgreicher unterstützung der geschütze gut vorwärts das bataillon erreicht um 17.30 den panzer graben gegen abend zieht sich die batterie in die kampfschließschlucht zurück die dritte batterie kam nicht zum einsatz am nachmittag wurde unser oberleutnant dr röwer auf dem helden friedhof bei bach schisserei beigesetzt unter einem berg von blumen schläft er den letzten schlaf etwa 50 kameraden waren angetreten und gaben ihm das letzte geleit nach den worten eines kriegsfahrers sprach leutnant dr probst anstelle des im einsatz befindlichen kommandeurs die abschiedsworte der ehrensalut über dem offenen grabe beendet die würdige feier am 9.06 1942 unterstützt die erste batterie um 8 uhr den angriff des infanterie regimente 16 auf den bahnhof mckensivy gori der angriff geht gut vorwärts die geschütze können die infanterie durch vernichtung und bekämpfung von bunkern und feldstellung wirksam unterstützen mehrere feindliche geschütze werden nach hartem feuerkampf vernichtet am abend wird die batterie in die artillerie schlucht zurückgezogen die zweite batterie bezieht um 8 uhr ein bereitstellungsraum nördlich des panzergrabens sie ist für den angriff dem infanterie regiment 47 zugeteilt und folgt diesem unter starkem artillerie feuer nach schaffen eines überganges über den panzer graben und einer minengasse der angriff auf punkt 321 kann von der batterie gut unterstützt werden und geht flüssig vorwärts bleibt aber auf 321 liegen da kein anschluss nach links vorhanden ist die batterie steht beim batterionsgefechtsstand in bereitstellung der starken feuer schwerer feindlicher und zu kurz schießender eigener batterien mehrfach wird sie von tiefliegern angegriffen macht sie nur wird die batterie zum auftanken und munitionieren an den buseberg zurückgezogen die dritte batterie kam nicht zum einsatz am 10.06.1942 bleibt die erste batterie weiterhin dem infanterie regiment 16 unterstellt obwohl das regiment nicht angreift wird die batterie vorgezogen da ein panzer angriff erwartet wird 16.30 unterstützt die batterie ein angriff des regiments auf drei häuser der flüssig vorwärts geht zahlreiche feldstellung und bunker können für die infanterie sturmreif gemacht werden gegen abend schlägt die batterie einen feindlichen gegenangriff unter hohen verlusten für den gegner ab 21 uhr wird die batterie in die artillerie schlucht zurückgezogen die zweite batterie untersteht weiterhin dem infanteriegement 47 und wird dem bataillon bosse zugeteilt beim vorrollen fahren zwei geschütze auf minen so dass der angriff auf 328 nur durch zwei geschütze unterstützt wird der angriff bleibt in folge zu starken mg und artillerie feuers liegen die batterie wird zum regiments gefechtsstand zurückgezogen um 21 uhr erfolgt ein bombenangriff die bomben fielen mitten zwischen die geschütze und in die bereitstellung einer batterie schwerer werfer deren munition sofort entzündet wurde ein geschützt wurde durch treffer eines werfergeschosses beschädigt weitere verluste entstehen nicht die batterie wird in die melzer schlucht zurückgezogen die dritte batterie unterstützt das infanterie regiment 436 im angriff nördlich man kennt sie wie gori entlang der bahn über 619 auf die kaserne vom feinde eingesehen unter dauerndem artillerie beschuss können zahlreiche widerstandsnester niedergekämpft werden das gelände bietet durch die tiefen trichter große fahrschwierigkeiten der 11.06.1942 ein schwarzer tag für die abteilung in den frühen morgenstunden liegt schwerstes artilleriefeuer in der artillerieschlucht durch volltreffer werden oberleutnant ebinger und seine bedienung in der ruhestellung schwer verwundet oberleutnant ebinger und der ladekanonier gefreiter knöss erliegen ihren verletzungen das geschütz fällt aus nun ist auch oberleutnant ebinger nicht mehr unter uns wieder ein altbewährter stumm artillerist der von anfang an bei der abteilung war mit mitreißendem schwung höchster tapferkeit und ruhiger umsicht hat er sein geschütz in den kampf geführt wird immer als vorbild eines stets einsatzbereiten offiziers in unserer erinnerung bleiben sein bescheidenes wesen und echte kameradschaft werden ebenso unvergessen bleiben leutnant töpfer übernimmt die führung der batterie die batterie wird dem infanterie regiment 47 unterstellt und unterstützt zusammen mit der zweiten batterie den angriff des regimentes der in folge starken flankenfeuers liegen bleibt nach rechts und links besteht kein anschluss von 328 wirken die geschütze vor den streifen des nachbarregimentes das infolge dieser unterstützung gut vorwärts kommt das geschütz von leutnant töpfer erhält einen volltreffer wodurch die bedienung verwundet wird der kommandeur erreicht ihm das ek 1 leutnant töpfer erliegt seine verletzung fünf tage später das geschütz wird zurückgefahren es ist ein wahres unglück mit der ersten batterie nun muss sie auch noch leutnant töpfer verlieren er hat sich in der kurzen zeit die er bei der ersten batterie war durch sein ruhiges selbstloses wesen viele freunde gewonnen im einsatz bewährt er sich durch angriffsfreude und umsicht auch er gehört in die reihe der unvergessenen am nachmittag sollen beide batterien den angriff des rechten bataillons unterstützen da das bataillon zu schwach ist kann der angriff nicht durchgeführt werden die geschütze bekämpfen mit gutem erfolg bunker und widerstandsnester vor dem zweiten bataillon das aber den erfolg leider nicht mehr ausnutzen kann am abend werden beide batterien in die melzer schlucht zurückgezogen die dritte batterie unterstützt das infanterie regiment 436 im angriff auf die neuhaushöhe bei außerordentlich hartem widerstand werden gräben feldstellung und schwere infanteriewaffen bekämpft mit einverständnis der 22 idee wird die erste batterie aus dem kampf genommen sie gibt ihre geschütze an die zweite und dritte batterie ab am 12 juni wird die zweite batterie nicht eingesetzt der ruhetag wird mit dringend notwendigen instandsetzungsarbeiten ausgefüllt am nachmittag wird die batterie dem infanterie regiment 16 zur wegnahme des vorers stalin unterstellt der batteriechef meldet sich auf dem regimentsgefechtsstand und nimmt an den besprechungen beim infanterie regiment 16 teil die dritte batterie unterstützt die fortsetzung des angriffs auf die neuhausstellung unter ausnutzung der dunkelheit war es teilen des ersten bataillons gelungen bis zum kampf vorzudringen war dort jedoch abgeschnitten und eingeschlossen worden die batterie stieß von osten her dem feind in die flanke verschaffte so dem bataillon eine entlastung ein geschütz fiel durch arterie volltreffer total aus am nachmittag wurde oberleutnant ebinger zu grabe getragen nicht weit vom grabe rovers findet er seine letzte ruhestätte wieder spricht leutnant dr probst die abschieds worte wieder krachen die salben wieder ist einer der besten zur letzten ruhe gebettet hauptmann braun übernimmt die führung der ersten batterie der ehrentag der zweiten batterie 13 juni 42 rückt die zweite batterie um ein uhr aus der melzer schlucht ab und erreicht um drei uhr die ausgangsstellung nach hartem und schweren ring der sturmgeschütze sturmpioniere und infanterie wird das vor stalin um fünf uhr dreißig genommen die batterie bekommt von beiden seiten schweres flankenfeuer bleibt aber dennoch zweieinhalb stunden auf der höhe um der infanterie den ausbau der neuen stellung zu erleichtern nachdem mehrere geschütze treffe erhalten haben wird die batterie zurückgezogen mit dem vor stalin ist ein beherrschendes bollwerk und die schlüsselstellung der nördlich der severnaia bucht liegenden verteidigungsanlagen gefallen der einsatz der zweiten batterie war hervorragend hauptmann caesar hält noch auf dem schlachtfelde vom divisionskommandeur general wolf das ek 1 persönlich verliehen wir sind alle stolz auf unsere zweite batterie der dritten batterie gelingt es mit dem ersten und zweiten bataillon infanterie regiment 437 die neuhaushöhe in besitz zu nehmen die kämpfe um die neuhaushöhe erfordern vor allem wegen der offenen flanke und den außerordentlichen geländeschwierigkeiten den einsatz aller doch der schwarze meistert alles 146 1942 wird die zweite batterie mit ihrem chef hauptmann caesar im wehrmacht bericht genannt die batterie ist mit den instandsetzungsarbeiten an den geschützen beschäftigt die dritte batterie erreicht am 14 das knie des panzergrabens sie greift mit dem regiment 437 nach norden zur entlastung des regimentes 213 an und macht diesem die flanke und den rücken frei am vormittag wurde der zug oberach meister lange mit oberarzt dr förster nach bergung verwundeter in die vorderste linie geschickt ein verwundeter konnte geborgen werden wegen zu starken artillerie feuers mussten sich die geschütze zurückziehen gegen 17 uhr wurde der zug leutnant wagner dem infanterieregiment 47 zur säuberung des bahngeländes südlich bahnhof mckenzie wie gori unterstellt um 19 uhr beginnt die säuberung mit pionieren bei einbrechender dunkelheit wird der zug zurückgezogen die dritte batterie trifft die vorbereitung und erkundung für den morgigen angriff vor allem werden dringend notwendige instandsetzungsarbeiten erledigt am 17.06 rückt die zweite batterie um 1 uhr von der melzer schlucht ab zur wegnahme des forts sibirien war sie dem infanterieregiment 65 unterstellt worden die batterie wurde durch die infanterie verkehrt eingewiesen so dass sie erst spät den anschluss an das regiment fand der angriff auf sibirien ging sehr flüssig vorwärts die batterie schaltete vor allem flankierung vom gpu aus die batterie unterstützte den angriff auf öllager und tunnel das gelände fiel zur severnaya bucht ab und war vom südufer einzusehen so dass die batterie sehr starkes artilleriefeuer erhielt als die infanterie nicht weiter hervorkam wurde die batterie zurückgezogen am nachmittag versuchte der kommandeur persönlich mit der batterie den angriff auf öllager und tunnel erneut vorwärts zu treiben aber infolge noch stärkerem artilleriefeuers und direkten beschuss von 7,62 cm geschützen war auch jetzt ein vorwärts kommen der infanterie nicht möglich so dass die sturmgeschütze sich wieder zurückziehen mussten da der südrand der bucht weder durch stuka noch durch eigene artillerie niedergehalten oder geblendet wurde erhielt die batterie wiederum stärkstes artilleriefeuer den panzern war es möglich das feuer zu durchfahren während die geschütze die nur langsam vorgehende infanterie begleiten verschiedenen versuchen des batteriechefs die geschütze aus der flanke unbemerkt an den feind heranzubringen scheiterten überall wo sich ein geschütz sehen ließ lag sofort starkes feuer schwerer und schwerster kaliber der angriff der infanterie wurde an diesem morgen nicht unterstützt sondern durch die anziehung des artilleriefeuers nur gehemmt 13 uhr wurde die batterie zurückgezogen um dringend notwendige instandsetzungsarbeiten durchzuführen am 20.06 1942 wurde mit zahlreichen von sturmgeschützen unterstützten stoßtrupp in das vor lenin eingebrochen und das vor system besetzt ferner gelang es in das küsten vor bei punkt 652 einzudringen und in das nachbar vor einzubrechen am ende der harten kämpfe wobei die panzer türme des küsten vor von den sturmgeschützen mit panzergranaten zertrümmert wurden waren die genannten force fest in unserer hand 22. juni unterstützt die zweite batterie den angriff auf steilknick zunächst mit guter wirkung im weiteren verlauf des angriffes fallen in dem schwierigen buschgelände fünf geschütze durch minen treffer oder geländeschwierigkeiten aus da nur noch ein geschütze einsatz bereit ist wird die batterie zurückgezogen am 24.06 war der weg auf die leuchtturm höhe für die geschütze nicht befahrbar hauptmann caesar veranlasst bei der division des pioniere angesetzt werden um den weg zu verbreitern der kommandeur ist an der ruhe erkrankt und wird ins lazarett eingeliefert hauptmann caesar übernimmt die führung der abteilung die batterien bleiben in bereitstellung 25.06 1942 an dem tag gewinnen die batterien durch noch besetztes feindgelände auf einem langen umweg um 10.30 anschluss an die vordersten bataillone in äußerst dichtem vier meter hohen gestrüpp ist eine unterstützung der infanterie infolge gefahr von früh zerspringern nicht möglich trotzdem begleiten die geschütze die vordersten teile der infanterie und greifen mit handgranaten und empin in nahkampf ein am abend verbleiben die geschütze in der vordersten linie obwohl sie dort nicht die geringsten wirkungsmöglichkeiten haben obmann caesar macht die division darauf aufmerksam dass die geschütze während der nacht weder schießen noch sich bewegen können auf ausdrücklichen befehl des generals bleiben die geschütze vorn 26.06 angriffsbeginn 17 uhr auf langer berg der angriff gewinnt langsam an boden am nachmittag bleibt der angriff des ersten bataillons liegen ein neu angesetzter angriff kommt infolge starken feindwiderstandes und einbrechender dunkelheit nicht zur durchführung unser alter haudegen brückner wird durch einen artillerietreffer schwer verwundet er verliert seinen linken arm aber auch in dieser situation ist seine ruhe bewundernswert beim verbinden liest er seine post die gerade ein melder brachte zweite batterie wird in die zangenschlucht zurückgezogen dritte batterie verbleibt ostwärts sachsenbergs 29.06 die dritte batterie zerschlägt starken widerstand im dorf inkermann und ermöglicht den angriff des infanterie regimentes 72 durch vernichtung mehrerer gepanzerter geschütze und bunker auf der höhe bietet sich für sturmgeschütze ein ausgesprochen günstiges gelände die geschütze können sehr schön erfolge erzielen beide regimente melden an die vision dass der angriff ohne unterstützung der geschütze nicht möglich gewesen wäre die battalionskommandeure sprechen den batterien ihre vollste anerkennung aus 30.06 42 bleiben die batterien wie bisher unterstellt der angriff geht flüssig vorwärts die batterien können wieder zahlreiche ziele mit erfolg bekämpfen und die infanterie trotz zahlreicher tiefer schluchten und gräben laufend unterstützen die leistungen der geschütze im gelände sind ausgezeichnet und überraschen immer wieder am 1 juli 1942 bleiben die batterien wie bisher unterstellt 12.30 angriff auf stadt sevastopol feind leistet nur noch geringen widerstand die geschütze werden einzeln in stoßgruppen eingesetzt und erreichen mit der infanterie um 13 uhr das panorama auf dem die deutsche flagge gehisst wird um 14 uhr stehen die batterien an der severnaia bucht und werden entlassen vorher aber treten die sevastopol kämpfer noch einmal an diesmal nicht mit der waffe sind angetreten zum empfang ihrer auszeichnung die sich in schweren kämpfen erworben haben besonders freuen wir uns über das ek1 dass der oberleutnant röttgermann erhält der sich besonders ausgezeichnet hat oberleutnant dr röwer erhält das deutsche kreuz in gold leider kann unser luitpold es nicht mehr tragen oberleutnant ebinger wird zum hauptmann befördert hauptmann netter und oberleutnant ebinger werden im ehrenblatt des deutschen heeres genannt am abend vergündet die sondermeldung dem ganzen deutschen volk und der weltöffentlichkeit den fall der stärksten see und landfestung der welt es ist unvorstellbares geleistet worden jede waffe hat ihren anteil an dem gewaltigen erfolg der die krim endgültig befreit und der südfront die möglichkeit zu weiteren operationen gegeben hat der wehrmachtsbericht meldet bereits dass deutsche truppen im süden und in der mitte der ostfront zum angriff angetreten sind die abteilung kann besonders stolz sein an diesem gewaltigen erfolg ihren ganz besonderen anteil zu haben des öfteren haben regiments kommandeure gemeldet dass ohne den einsatz der sturmgeschütze der angriff nicht hätte vorgetragen werden können in der stunde des sieges denken wir mit besonderer dankbarkeit und ehrfurcht an unsere gefallenen kameraden deren einsatz den erfolg ermöglichte sie sollen uns ein vorbild und verpflichtung sein nah wir sind Untertitelung des ZDF, 2020